Mein Name ist Micky Wiesel und das sind meine ermutigenden Geschichten. Heute wieder ein Beratungstipp aus meiner Praxis. Manchmal fühlt man sich ja so, als ob man einfach in so eine Unbalance gekommen ist, weil man immer nur ausgegeben hat, immer nur anderen Menschen irgendwie einen Gefallen getan hat und man hat so das Gefühl, man kriegt so wenig zurück. Mein Vorschlag für dich heute, bitte heute doch einfach mal vier oder fünf andere Menschen, darum, dir einen Gefallen zu tun. Bitte einfach mal andere Menschen, darum, dir einen Gefallen zu tun und tu ihnen nichts zurück dafür. Mal sehen, was für Erfahrungen du dann damit machst und ob du dich am Abend dieses Tages mehr in einer Balance fühlst. Das gilt natürlich nur, wenn du das Gefühl hast, dass du immer nur alles für andere tust. Wenn du anderen irgendwie nie einen Gefallen tust, dann dreh es einfach rum und dann such dir heute vier bis fünf Menschen aus, denen du einen Gefallen tust, einfach so, ohne etwas zurück zu erwarten. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Alles Liebe, euer Micky. Glaube bedeutet für mich, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben. Mein Lebensziel empfinde ich als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft, dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist, dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will. Frauen im Ohr Mann so, es ist echt, dass er uns sehr, sehr gut hierfür gibt. Ich wünsche euch, dass ich dir die Idee, wie du deinem Ohr Mann Untertitelung des ZDF, 2020